Hallo zusammen, da sind wir wieder in Metro Exodus und da weiter wo wir aufgehört haben. Genau, das heißt wir sind hier quasi auf dem Weg zum letzten Part auf dieser Map. Großes Finale wahrscheinlich, vergute ich. Mal gucken. Wir haben hier gerade den echten Baron getroffen. Gegenungen ging nicht so gut, sagen wir es mal so. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Doch ganz praktisch, dass es auch noch dunkel ist. Ja, ich seh euch. Gut. Oh. Nicht gefährlich hier so direkt in Sichtweite. Nicht gefährlich. Ja. Ja. In jedem Fall. Der Plan ist das. Du und ich versuchen, ihre Gäste zu spüren und durch die Gäste zu kommen. Wenn das spüren nicht funktioniert, werden wir sie zumindest destrukturen. Während ihr durch die Untergrund. Okay. Ich habe ein Favorit zu fragen. Ist es möglich? Ja. Wenn die mir nichts tun, dann werde ich sie auch nicht töten. Ich habe eine Alternative. Hier ist das. Das Schifte. Sie sind einfach Kinder. Sie sind schon alle unter der Unteritung des Blöckes für alle. So ich wahrscheinlich sollten sie auf einmal die P.T. . Also ist es ein Finish? warten schon meine freunde auf mich und andere dinge hier ich bin Aber letztes Mal haben wir die Sklaven noch auch nichts getan. Ein bisschen Sorge, dass wir nämlich sehen, wie hier sich das anders übergleichen wir uns einfach durch. Auf jeden Fall kein Sklave, dafür war der ein bisschen gut bewaffnet. Oh nein, lassen die Hunde kämpfen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Die sind auch nett zueinander, so wie es aussieht. Ist hier der Oberdude? Oh, das ist er hier auch. Sorry. Oh, haben wir es auch durch geschafft. Aber heute war Steffi. Situation ist awesome. Das ist nicht so. Wir sind in der Kompone, aber Yule ist nicht verliebt. Warte für unser Signal. Über. Yule ist nicht verliebt. Nein. Sehr gut. Oh, das da. Hm. Hm. Na dann, wenn er uns einlädt. Ich hab ein richtig gutes Gefühl dabei. Okay. Ich bin nicht mehr so, wenn du dich nicht mehr so interessiert. Ich bin nicht so, aber es ist kein Weg. Wenn wir nicht aus dem Meer sind, wir sind gut wie das. Was ist das? Gut, Artyom. Wenn ich dir nicht mehr überlebt, dann kann ich das. Ich werde das nicht mehr überlebt. So zusammen, schön mich alle kennenzulernen. So. Ah. Was? Was ist los? Ich hab doch... Ich hab doch gar nichts gemacht. Hä? Haben wahrscheinlich doch gesehen, dass ich da den... Ups. Moment. Weil ich will wenigstens den Baronen treffen, wenn's... wirklich geht, theoretisch. Okay. Dann nochmal von hier. Okay. 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 Come on! We won't even touch you. Unless you really ask for it. I don't like this, but... What the fuck? What are you saying? If we don't get out of this desert, we're as good as that. If I fucking hear one more word about that bitch, go! Get over here. If the deal goes south, go around them stinkers and just get to the next floor. Now, there's too many of them to count. Where'd you just fucking count it? So. Dann probieren wir das nochmal. Ob ich den hier retten kann. Vielleicht machen wir einfach mal das Licht aus. und packen die Waffe weg. Hopp. Wo ist besser? Oh, die hier sind vorhin, war ja alles leer. Seien das sie aber in der Apokalypse trotzdem noch Haarfarbe haben. Fuck, I'm here! For the Master! Do you get it? Hey! You! Get your ass over here! Come on, up the ladder with you. It's one of those new arrivals. Come to leave the boss here. Oh. Oh. Äh. Oh. Ähm. Ab jetzt bitte alle, die unter 18 sind, nicht hingucken und ich muss wahrscheinlich wieder mir Mühe geben, alles Mögliche zu zensieren. Weil die Damen hier haben überzeugende Argumente. Hm, kann man so sagen. Ja. Ach, die macht vielleicht die Tür. Ohhhh. 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 Das stimmt. Ohhhh. Richtig. Und? Man muss lange leben und prosperen. Jetzt. Juhl hat sie selbst für dich gekommen. Juhl antworten für alles! Warte. Okay. Ja. Wofür dazu? Interessante Fotos. Ja. Oh ja. Oh ja. 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 Das ist für dich, Dirty Worm! Oh ja! Oh ja! Artyom! What's going on? Juhl! 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 Oh ist hier durch die Tür geflogen! Juhl! 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 Es ist eine Höhre der Rebellion über dich. Die Attraktionen haben es verabschiedet. Es ist eine Höhre der Problemen, die niemand braucht. Glücklich wird deine Mütze despeilen. Warum spricht er nicht mehr? Artyom, ich gehe in, bevor das Dach wegkommt. Na dann, viel Erfolg. Ich warte hier. Otsch! Otsch! Ja. Das ist ein bisschen viel Gibt es ja nicht Ich bin nicht so schnell aus den Socken Vielleicht bin er mich nicht so schnell direkt erwischt Der Spannungsgerät 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 Wo ist der Dicke? Der steht da wahrscheinlich. Zumindest haben wir die kleinen schon mal weg. Und der wird sich hier gleich holen. Oh, ich glaube er ist ihm. Oh, ich bin der Dicke. Oh, ich bin der Dicke. Das ist der Dicke. Oh, ich bin der Dicke. Das ist der Plan, die ich über gesprochen habe. Was ist da los? Ich werde die Leute für deine Rehabilitation. ich komme sofort ich wollte nur gucken ob es noch was zu holen gibt wo ist er hin ouch gut gemacht anna Was? Kommst du nicht mit? Na gut. Noch einer, der hier bleibt. Geh, Artyom, folge deinen Traum. Hm. Okay. Du bist zurück, mein Lieber. Ich war so Angst. Oh, Mumtush. Hm. Fanatics on the banks of Volga. Cannibals in the mountain bunker. Slavers on the shores of the dried out sea. How many monsters has the war given rise to? Or perhaps, were they always there? And the war simply gave them a chance to show themselves and now we're stuck with them forever. Will Damir, who stayed in the desert to help Gjul lead their people to freedom, beat another monster? The inertia of thought, that had been keeping the subjugated locals in willing and ready servitude to tyrants? Frankly, I have doubts. That monster might prove stronger than all the others. Regardless, we can't afford to lose hope. We're getting ever closer to our dream. Finding a place where we could live. Free from radiation and mutants. The maps we recovered in the desert have provided us with several promising options. And now the crew members are excitedly waiting for the colonel's decision on where the Aurora should go next. Currently, though, the train is calmly rolling eastward. The crew rests and Stepan proposed to Katya. It was a proposal she couldn't refuse. I'm curious. I'm curious, wer sie dann trauen soll. Aber gut, in der Apokalypse ist das wahrscheinlich nicht. Muss das nicht behördlich korrekt sein, alle. Naja. Dann gucken wir mal, was sie so zu verstehen haben. Ah, anscheinend hatten wir auch gerade ein gutes Gespräch. Ein sehr tiefes Gespräch. Sehr sehr anregend. Eine Mutgruppe tätowiert, auch nicht schlecht. Was ist der Krest? Es ist schreckend. In jedem Fall, ich bin besser jetzt. Ich liebe dich, Leute. Aber du musst nach der Messe Hall kommen. Die Tafel ist fast. Danke, Stepan. Wir werden da in einem Moment. Wir gehen, Artyom? Oder wir bleiben ein bisschen länger? Es ist so schön. Wahrscheinlich erzählst du mir. Vielleicht kannst du mir. Ja. Ich habe gesehen, Stepan und Katja. Du und ich. Und zu denken, wie glücklich wir sind. Es war so anders mit meinen Eltern. Es war schlecht. Es war so schlecht. Es war schlecht. Es war so schlecht. Ich habe dir immer gesagt, warum meine Mutter sterbe? Nee, erzähl mal. Ich bin total gespannt. Oh, das ist ein blauer Sch... ...dein blauer Rauch. Ich muss jetzt nicht zwischen Rauch und Smoke entscheiden. Okay, weil deine tote Mutter interessiert mich auch gerade. Aber macht nichts. Haben wir hier noch Schönes? Werden neu dazu? Nee. Okay. Waffen. Hm. Okay, dann gucken wir doch mal, was es hier noch so zu sehen gibt. Was hast du denn? Alles ist perfekt, Artyom. Seid uns. Wir haben anscheinend gute Laune. Ach, die feiern die Verlobung? Oder schon die Hochzeit. You guys are just amazing! Thank you, boys. Well, that was an unforgettable show. You're not in town, Artyom. I've been so far too long, but now I simply must talk. I have to warn you, Provost Devine. He is incredibly... ...disgustant to me. You should have seen them dance. Yes, no, we did. You'll get another chance. A moment of your attention, please. Half a year on the road and four thousand clicks behind us. We have been through a lot. Damir. All right, people. I do understand. I can't keep it a secret much longer. After a careful study of the satellite maps, we've obtained, and much deliberation, we've found a place, we could call our new home. Mm-hmm. And zwar wo? It is a river valley. There's forest and a hydroelectric power plant. This place is quite far from densely populated areas, which, as our journey has proven, is important. We're about two days away from it now. So, congratulations, everyone. Yay! This is not our last order of business for today. Step on. Katya. Oh, Prince. Step on. Katya. Repeat after me. I take you to be my spouse. I take you to be my spouse. And vow to hold you from this day forward. And vow to hold you from this day forward. For worse, for better or for worse. For richer, for poor, for richer, for poorer, for poorer, in sickness and in health, in sickness and in health, to love and to cherish, until death was brought to us by. Romantisch. Romantisch. As the captain of this ship, I pronounce you husband and wife. Live long and be happy. Oh, and... Gorka, ganz wichtig. Gorka, ganz wichtig, ja. Was hat die? Oha. Auf die weiße Tischdecke. Ach, Mensch. Gorka, ganz wichtig. Gan. Bing. Oh, I'm sorry. I didn't say anything. Was hast du gesprochen, Pepe? In Yamantau, als sie mich entfernt haben. Der cooler Doktor sagte, dass meine Lungen zerfallen. Der Gas, wie ich in der Ammo-Dump habe. Wie kannst du das Monster glauben? Wir haben nur durch den Dessert und all diese Sand. Das wäre der Grund. Arten, ein paar Worten. Das soll wahrscheinlich alles sehr emotional und hochdramatisch sein. Ich bin okay, Artyom. Geh, ich bin okay jetzt. Halt einfach über den Top. Sorry. Naja, gut. Ich weiß nicht mehr, der alte Mann ist faszinierend. Ich bin okay, dass sie nicht mehr so schnell sind. So, Son, Care to tell me, was do we do now? Coronel, please, let us not panic and think constructively. So, Katja, what do you think? Ich glaube, dass ein Degenerer's Diagnosis nicht wäre wütend. A move von Humid Metro into the desert, mit der Dry Heat und Sandstorm, ist ein Stressful arm. Ja, ich glaube, sie wird richtig schlecht, mit dem Dessert. Ja, meine Gedanken genau. So, erstens, werde ich sie gewissern, bis zum Besten meiner Meinung nach. Also, wir befinden uns die Valle, mit dem Dessert. Das allein könnte sie schüttern. Ich bin sorry, dass ich mich nicht verletzt habe. Was passiert? Ah, Honn. Kofta ist ein Blatt. Mein Gott. Wir glauben, dass es das gleiche ist. Das klingt mehr wie TB für mich. Das ist sicher. TB, wir können es tun. Wir haben genug Antibiotika, und der Luft hilft das. Mhm. Oh, nur wenn wir uns nicht alle anstecken. Das war richtig, Katja. Was wir tun, ist der Medizin. Es gab eine Luft-Defens-Ballerie-Station in unserer Stadt. Genau auf der Brink der Krieg, sie bekommen eine neue Drogen. Sie hat viele Menschen aus der Gas-Explosion und generell verletzten. Ich veröffentliche meine Mutter, und finde ihn. Ich denke, es wurde in Novosibirsk produziert. Machen wir also einen kleinen Umweg. Oder wie? regresoren? Pfff? Wir gehen in den Ludwister. Der Presse? In jedemises, würde ich nach долгоcken todas die Erde pa Campen savage. Und, als für Novosibirsk? Es sind rund 2000 Tonnen Bomben. Dann haben wir es entschieden. Wir gehen nach dem Renners. Schensい erstmalig. Es werden wir dort bewerten. Wenn unser Staat sein würde, Ich gehe einen Gruppen von volontären, um das Dronat her artifact zu finden. Also Katja, bitte. Imacleen, klingt nach einem vernünftigen plan auf vorher zu gucken wie es aussieht so we can go and find it for you if it is near that sounds like a great plan i'd also like to say this guys please don't worry i've been feeling pretty bad as it is for ruining the party oh come on you didn't ruin anything i just brought myself down to rock bottom over that bastard from yamandao though it must just be the sand and desert climate of course that must be it we were discussing exactly that just now all right a toast to you guys just be happy together cheers und jetzt wonderwall und jetzt wonderwall mein russisch ist leider nicht gut genug dafür na dann würde ich sagen enden wir das video für heute hier an dieser stelle das ist ein guter punkt zum aufhören und ich habe ein bisschen arbeit vor mir weil ich die eine oder andere stelle noch zensieren muss bevor das ganze auf youtube für euch landet und dann machen wir uns ja das nächste mal auf den weg hier in das lobte land hätte ich fast gesagt das wiesenthal gebiet mit frischer luft sauberem wasser und das paradies erwartet in diesem sinne macht's gut und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020